Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Ori and the Blind Forest. Ich habe in der letzten Folge relativ gefrustet aufgehört und das hatte auch seine Gründe. Und wir müssen kurz gucken, wo wir sind, wohin wir wollen. Wir wollen wieder zurück. So viel ist klar. Gut, wir kommen hier nicht rüber, oder? Nein, kommen wir nicht rüber. Ach du Schande. Oh, ja, schade. Okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich so gefrustet war. Bums. Uh, hoppala. Entschuldigung. So, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Alter. Ah, tschüss. Das schwinge. Faut ab. So, meine Güte. Nee, Leute. Ah, das ist noch einer. Also, eigentlich habe ich dich getroffen. Okay. Und es fängt schon wieder genau da an, wo ich aufgehört habe. Ey, das ist doch eigentlich super easy. Oh! Es ist doch eigentlich super easy. Und trotzdem scheiße ich einen nach dem anderen Mal abriss. So, habe ich jetzt endlich. Nee, kann ich hier irgendwo mich eventuell wieder ein bisschen regenerieren geht? Oder so, dass ich jetzt hier irgendwie. Nee, nicht. Nee, muss ja auch nicht. Nee, habt ihr recht. Stirb. Ja, das war okay. Autsch. Ja, endlich. Boah. Kann ich speichern? Nein. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Und ich hoffe, wir schaffen das jetzt auch. Also, zurück zum Kokon. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen Hilfe mal im Internet geguckt, weil ich so, ich war so planlos, so fassungslos. Ah. Okay, speichern wir eben. Und, ähm, ja, das, was ich da gesehen habe, ähm, ich muss das ausprobieren. Wenn das jetzt so ist, dann schäme ich mich zu Tode. Aber wie gesagt, erst mal gucken, bevor ich mich hier, ne, zu Tode schäbe, vielleicht zu Unrecht. Hui. So, ist gut. Hui. Okay, erst mal auf zum Kokon. Äh, wie war das jetzt nochmal? Wir sind da, was, was war hier oben? Achso, ja, okay. Ja, schade, hier kommen wir nicht hoch, richtig? Richtig, da war doch was. Eigentlich schade, aber gut. Boah. Boah, ist gar nicht so einfach. Zwei Tasten zu drücken. Ja, doch, es ist einfach, ist ja gut. Ich habe es verstanden. Wie gesagt, ich brauche jetzt den Kokon. Äh, ja, der Kokon. So, erst mal gucken, das sind noch ungliedsame Leute hier. So, und hier kam man nicht weiter. Und ich dachte wirklich, ich habe mich hier so festgebissen an diesem Ding. Weil, pass mal auf, ich gehe hoch zum Kokon. Hier war ich schon überall, oder? War ich denn hier schon? Ja, wie es aussieht, war ich hier schon überall. Ähm, dann nochmal hier hoch. Mal kurz gucken. Ja, hier war ich schon. So, wir sind hier rüber gesprungen. Ui, super. Und ich habe geschossen wie verrückt. Und es ging nicht kaputt. So, und jetzt habe ich was im Internet geguckt. Ich probiere das mal aus. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich jetzt schäme. Ernst gemeint. Ich meine es wirklich so, wie ich sage. Ich schäme mich zu tot. Ich habe so viel Zeit damit verschwendet. Und im Grunde genommen war es so einfach. Oh Mann, wow. Wui. Okay. Das hat geklappt. Jetzt hoffe ich. Kann ich speichern? Ja, ich kann speichern. Wow. Autsch. Okay, hätte ich das nicht vorher ahnen können. Okay, ich bin hier. Das heißt, es geht. Habe ich schon? Ne, ich habe ihn noch gar nicht. Habt ihr noch gar nichts hier? Es hätte so einfach sein können. Ups. Okay, das war ein bisschen... Ah, Hilfe. Ich meinte, hey, easy. Ja, kommt alle zu mir. So, das machen wir jetzt mal eben schnell noch. Oh mein Gott. So. Okay, und was gibt es hier Schönes? Aha. Ein Pilz. Oder? Was ist noch hier? Ah, ja. Du hast eine Energiezelle gefunden. Aha. Und jetzt, glaube ich, können wir damit die Tür auch tatsächlich öffnen. Wir mussten tatsächlich hier rüber. Oder? Wir sind hier. Äh, ich möchte gerne einmal kurz zurück. Kann ich denn überhaupt zurück? Ja, doch. Können wir. Hui. Hui. So, ist ja easy jetzt. Hoppala. Sagte er und sprang daneben. Autsch. So, kann ich es jetzt? Ich kann es immer noch nicht. Ah. Okay, was möchtest du alles? Bling. Okay, gut, dann geht es jetzt hier. Erstmal runter nach links. Wow. Okay. Nee, noch habe ich ja keinen links. Äh, neue Fähigkeiten. Wow. Wow. Hilfe. Das bloß nicht schlapp machen. Autsch. Nein, nein, nein. Nicht ins Wasser. Wasser ist gemein. Das haben wir gelernt. So, ihr seht auch, wie angestrengt ich jetzt versuche hier, nicht zu sterben. Das kann ich so einfach. Huah. Hui. Und das auf schwieriger Stufe, ich weiß. Aber lasst mich. So. Huah. Okay, hier können wir weiter, indem wir kaputt... Nee. Nee, kommen wir gar nicht weiter. Seelenverbindung ist bereit. Hört euch doch gerne. So, wir müssen aber erstmal... Wo sind wir jetzt hier? Wie können wir hier hin? Moment mal. Hat das irgendeine Bedeutung, dass ich jetzt hier... Hm. Nee, wahrscheinlich ist das hier nur... Ah, okay. Gute Frage ist, jetzt müssen wir hier lang. Ich kann scheinbar nicht. Okay, pass auf. Das machen wir jetzt ganz skillig. Hui. Na, nicht Beeren. Beeren ist gemein. Wie, mehr haben wir nicht? Oha. So, jetzt habe ich eine Fähigkeit erhalten. Gucken. Können wir das mal gucken? So, weiter haben wir hier noch. Wir wollen Waffenpower, oder? Erfordert zwei Fähigkeitenpunkte. Erhöht den durch Geisterflamm verursachten Schaden noch mehr. Was haben wir denn hier? Diese... Diese Geist... Ah, wir haben jetzt noch mal gelegen. Meistens Sammelwecke werden von Uri angezogen. Das haben wir doch schon. Interessiert niemanden. Wiedererwecken ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingzeit. Ja, ist alles low. Alles low. Wollen wir nicht. Wie komme ich jetzt hier rüber? Hm. Na gut. Müssen wir uns halt noch ein bisschen gedulden. Wow. Alter. Hui. Hui. Im Moment. Warte, 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 warte. Warte. Ich sagte... Ah, guck mal. Da müssen wir definitiv hin. Hey. Autsch. Hui. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Aha. Hui. So, hier definitiv hoch. So. Ja, ja, Kartensteinfragment. Das ist uns bekannt. Ah. Okay. Uah. Uah. Da respawn die Monster aber wieder. Okay. Gut. Das wussten wir ja schon. So, und nochmal. Heide Witzka. So ist gut. Na? Äh. Ja doch. Sag ich doch. Aha. Ach du Schande. Ach du Schande. Was ist denn das? Was ist denn das? Und wir müssen hier hin, ne? Das ist unser Ziel. Und wir können noch hier lang. Und ich habe keine Ahnung, ob wir hier lang müssen. Wobei, warum sollte man so einen großen Level konzipieren, wenn man hier nicht lang muss? Aber gehen wir erstmal den Weg? Gehen wir erstmal unser Ziel? Autsch. Hä? Ach so. Das ist ein... Oh mein Gott. Ja gut. Okay. Pass auf. Wir gucken jetzt mal erstmal... Oha. Schon wieder wurde ich überrascht von einem Gegner. Aha. Oh, Badon-Sumpf. Oha. Junge. Übertreib hier halt mal nicht deine Lage, ey. Oh oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Oder? Sieht es gut? Oha. Da ist ja... Der lebt ja noch. Okay. Kurze Frage. Kann ich speichern? Ach, sehr schön. Ne. Kann ich nicht rüber. Okay. Kein Problem. So. Eigentlich eine easy Sache. Ich habe doch... Ah, okay. Falsche Erdteste. Ups. Oh. Hilfe. Äh. Weiter. Hilfe. So, dankeschön. Ich bin doof. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin doof. Egal. Macht aber nichts. So, wir können jetzt hier speichern. Oh. Okay. Spiel ist gespeichert. Und hier geht es nicht weiter. Aber ich dachte, wir müssen... Ah. Okay. Okay. Okay, wir müssen den Stein nämlich genau in die andere Richtung schieben. So. Durch, 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 durch. So vorsichtig müssen wir gar nicht sein. Ähm. Ach so, ja. Autsch, ausch, 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 ausch. Genau. Oh, oh. Ähm. Äh, hä? Wie jetzt? Hilfe. Aber ich dachte eigentlich jetzt... Ah, okay. Ja. Kann ich? Aha. Okay. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ähm. Oder auch nicht. Hallo? Gut. Vielleicht jetzt? Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich so der Lösungsweg war, aber es hat geklappt. Also von daher, ich beschwere mich nicht. Ich gehe jetzt erstmal... Während Uri dem Wald Licht und Hoffnung brachte, ich glaube er nicht, so wie wir spielen, gaben andere nach und wurden von Fensternis und Furcht umfangen. Das ist ein komische Spinnentyp. Hinterher. Ein Gomon aus dem Eldensruin. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Ja, die Frage ist jetzt... Mach ich, aber... Neuziel gewinne die Wasserader zurück. Jetzt ist die Frage... Erstmal, wo ist er? Und zweitens, was ist jetzt hier mit diesem ganzen Abschnitt? Und hier war doch auch noch eine Tür, die wir hätten betreten können, oder nicht? Ne, ich verstehe es nicht. Sollen wir jetzt mal rüber? So. Schauen wir uns das mal an. Oha. So, er kommt her. So. Langsam reicht es nämlich. Okay. Ah. Nein. Nicht Ohr. Ich weiß nicht, ob das gut war. Wow. Oh, oh. Ach du Schande. Hilfe, es tut mir leid. Hilfe. Löffet mich. Ja, Moment mal.